Hey, man braucht zwei Gold Ingots. Okay. Was? Enderman? Enderman. Mach blau. Kann ich nicht. Ich hab kein Schwerd. Ah, hier hinten. Ich geh schon. Bin da jetzt schon dran. Ich krieg irgendwie keine Sounds mehr. Alle Sounds sind so unglaublich leiser bei mir grad. Ja, das ist der Soundmuffler. Haben wir inzwischen Tiere? Nee, ne? Nee, wie denn? Wir waren ja nie weit weg. Naja. Die ist, glaub ich, noch nicht mal fertig gebaut, oder? Pass mal auf. Du bist ja schon lange runtergefahren, die ganzen Tiere. Hm. Ja, fünf Dreck noch. Ja, Frank hat ja noch Sachen auf der Farm. Sachen. Sachen. Ja, ich glaub, ich hab da eh schon alles voll gemacht, mal mit Dreck. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ich glaub hier. Ja, hier war's. Okay, jetzt ist sie fertig. Mal schauen, ich brauch effektiven Schwert. Ja, dann bau dir eins. Nein. Ähm, Simon. Was denn? Nimm das hier. Das ist fertig. Okay. Super Schwert. Mal schauen, hat das noch Modifiers offen? Jo, noch drei. Wow. Da kann ich noch so viel mitmachen. Brauchst du eigentlich gar nicht. Hör's mal an, erst mal. Hab ich schon, ja. Huch. Bis. Ach, ist das schön, wenn er weggemacht wird und er mag nicht konkurrieren. Die ziehen beide gleich stark. Okay. Lauterpads. Oh. Ah. Wo ist das, Matthias, und du jetzt eigentlich schon wieder hin? Bei mir. Achso. Vielleicht mal gucken, was ich da noch für immer die Pfeile draufpacken könnte. Aber meine, aber meine, ne? Jo. Sieht einfach toll aus. Schmelze. Stahl. Schmelze. Schmelze. Ui. Oh, ne Möhre. Ja doch, er repariert sich recht gut. Ja, das ist ja das Repair 2 schon drauf, ne? Ich find das Geräusch so geil. Denkst du euch nicht? Die Möhre nicht mal aufgesammelt, ne? So, und Tool Rod aus welchem Material? Jetzt hast du das blöde Buch wieder, naja. Naja, ganz wieder haben. Denkst du, da. So, blättern, 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 blättern. Ich bräuchte eine große Menge an Lapis eigentlich, naja. Ich baue mal noch so ein Material Send You. Was für ein Ding? Ein Material Send You. Achso, ja. Was macht Reinforced eigentlich aus? Das ist, dass es länger hält. Ja. Brauche ich nicht. Hm, ist effektiv schwer hell geworden. Schön. Ich überlege, ob ich einfach einen Knochen nehme. Ja, Kodek. Ja, kannst du. Dafür sind sie ja da. Ach komm, sind da viele. Und ich habe kein Schwert. Ach, lass mich halt mitmachen. Ach Gott, sind da wenige. Ja, jetzt sind alle weg. Guts. Ich will Kaktus pflanzen. Okay. Weil damit kann man schöne Tool Roads machen. Ja, stimmt. Wolltest du auch so eine Jacket Tool Rod haben? Mhm. Habe ich auch überlegt. Ja, für Pickaxe oder so macht es ja keinen Sinn. Aber für einen Bogen oder so. Für eine Axt macht es wirklich keinen Sinn, ja. Habe ich gerade. Wo nachgedacht. Weil ich glaube, ich mache mir einen Bogen. Einen Bogen wollte ich auch unbedingt noch haben, ja. Später mal. Und dann auf jeden Fall so ein Jack-Ding. Und vielleicht Reinforced, ich weiß. Noch eine Trophäe, ja. Was nenne ich es mal? Zombie. Oh. Mann. Die ist enttäuschend. Äh, wofür ist eigentlich die Tool Rod, was hat die für Auswirkungen? Äh, ich meine, die hat das Verwendungsstück dazwischen. Äh, das hat nochmal ein Modifier darauf, wie lange das Tool hält. Dieses Mal 1,3 und Mal 0,7 und sowas. Ach so. Unter anderem. Ich wollte doch noch irgendwas. Was wollte ich denn nochmal? Äh. Diamanten, genau. Hat da kein jemand bei. Jetzt haben wir wieder Leerräumen. Geht ja nicht. Ich wollte wirklich ein Array aus diesen, äh, Crucibles bauen. Mhm. Dann können wir auch mit Applied Energistics arbeiten. Das wäre so praktisch. Das müssen wir wirklich. Dann müssen wir. Das Koppel. Ja, geht ja eigentlich schnell mit Altendukten. Schon irgendwie. Ich meine, dass es momentan schwierig ist, wäre eben hier, äh, die Crucible. Andererseits können wir natürlich auch aus Nether Sachen rauspumpen. Auch wenn er einfach nur unschön hart ist. Du hast keine Lebenspunkte-Essenzen übrigens. Ja. Du. Du sagst mir jetzt zumindest dieses komische Segel hier. Ja. Ich verstehe es noch nicht. Vielleicht später. Killed by the Axe of Despair. Ich weiß einfach echt nicht, was ich da für einen Griff runterpacken soll. Ja, entweder vielleicht Obsidian. Das ist, glaube ich, mir das passt. Ist aber in dem Fall unwichtig. Wieso? Ich brauche eigentlich nur eher Geschwindigkeit, weil, ähm, da kommt eher Autorepair drauf. Na, in dem Fall mache ich immer Papier oder sowas. Das ist mein Modifier. Vorsicht mal nach, schau mal nach, schau nochmal das Buch durchgucken. Papier habe ich mich irgendwie komplett überlesen. Oh, da war das noch Mast vor mir draus. Mal 0,3 Mal. Das ist ja egal, ist ja eh Autorepair drauf. Das ist Handle Modifier, meinte ich. Was sagt denn dieser Handle Modifier aus? 0,3 Mal. Mal was? Ja, wie gesagt, Haltbarkeit. Achso. Ja, ich glaube aber langsam rechts wird wirklich, oder? Es ist 20 vor 7, nein. Es ist 20 vor 7 und draußen ist es richtig schön hell. Mhm. Wenn ich da ans Bett zu gehen, macht keinen Sinn mehr. Ja, durchmachen werde ich auf keinen Fall. Machst du doch schon. Nein. Durchmachen heißt, wach bleiben und nicht wach sein bis um 5 Uhr in der Früh oder so. Es sind aber nicht mehr 5 Uhr in der Früh, es ist 20 vor 7 in der Früh. Ja, und jetzt nochmal bis 20 vor 7 abends. Dann ist es durch. Immer noch kein Diamant, boah. Wofür wüssten wir jetzt einen Diamanten eigentlich? Um endlich den Autonomous Activator zu haben. Warten wir da nicht schon genügend für? Ursprünglich ja, aber dann kam Blood Magic daneben. Oh Mann. Warum? Warum nicht, ist die Frage. Huch. Apropos Blood Magic. Ist hier noch irgendwas für eben schnell? Ach, ich nehme schon Chemie. Eigentlich Chemie über Kasten. So. Was macht eigentlich das Stonebound? Ähm, dass das ähm, schneller oder stärker ist, hier kaputt als es ist. Ah. Also es ist scheißegal, welche Rod ich nehme, merke ich gerade. Das Ding Bluen Stand und zwei Präsidien an, okay. Paper Stack. Haben wir, glaube ich, sogar noch einen rumliegen irgendwo, ne? Hm. Aber ich glaube, mit Paper Stack kann man keinen Tool Rods machen. Aber Tool Rod, Tool Rod aus Paper gibt's. Was ich mich frage, ist, wo die Tool Rods liegen. Also die, ähm... Äh, hinter die. Die hinter mir. Da, oben drin. Ach, da. Seit wann ist deine Kiste? Tool Rod Pattern, ja. Also ich hab's probiert, es ging nicht. Keine Ahnung, vielleicht muss man was anders machen. Na, es gibt's wirklich Paper Tool Rod. Scheiße. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich's auf meine Pikki rausgetan. Da braucht man einfach mehr von. Tool Tool Rod, nee, eigentlich nicht. Steht da daneben, wie viel du brauchst. Das steht eben nicht daneben, da steht nämlich gar nichts daneben. Wofür denn jetzt nochmal? Leg's mal rein in den Part-Bilder, dann kann ich's auch sehen. Ja, schau mal, steht da nix bei. Interior cost 0.5. Warte kurz. Aber da steht Papier nicht dabei. Ah, siehste. Neu. Slime to Rod aus Papier, macht Sinn. Hä? Hä? Geh lediglich um die Logik. Slime to Rod, ja. Hä? Neh mich trotzdem. Hä? Freuich. Hä? What the fuck? Die Klinge geht mir aber auch auf die Nerven. Ja, Tümler, was für ein riesen Staubhaufen auf den Boden legen müsste. Ich weiß nicht mehr, wie ich die beiden Teile zusammenfügen soll. Haben wir inzwischen jemanden? Nein, natürlich nicht. Ähm. Du klickst in der Toolstation das an, was du machen willst, und dann wird dir angezeigt, was für Teil du brauchst. Ah. Ja, okay. Die Ex of the Spare mit Autorepair. Oh, das räumt sich. Bis? Ah. Die Ex of the Spare mit Autorepair. Die Ex of the Spare? Die Ex of the Spare? Nein, kein jemand. Jetzt weiß ich, warum ich mit Papier, ähm, Rode haben wollte. Ja? Auf die Headshot kann ich standardmäßig noch nichts draufpacken. Hm. Das wollte ich nämlich auch aus meiner Pecke. Da verwende ich die erstmal ein bisschen. Vielleicht kriegt die ein Modifier, ähm, dazu, wenn wir die, ne? Gleich. Behaltbar genug dürfte sie sein. Ich muss damit 270 Borne füllen. Der Baumstemp... Der Baumstümpfe. Ach, ich habe die Arme mit der Ex of the Stream hoch und dann noch wieder runter. Wie hoch und wieder runter? Dann nehme ich die ganzen Baumstämme, die wir hier haben, mit der Ex of the Stream, und stapel sich dann die hoch und dann mit der neuen Axt runter. Ja, Ex of the Stream hat aber... Markus, glaube ich, noch. Ja. Warte, kriegst du. Ja, aber erstmal baue ich den Dings jetzt endlich. Moment. Ich kann so lange im Inventar hier rumliegen. Ich packe sie mal in die Chester. Blöpp, blöpp, blöpp. Immer noch. Ja. Wirst du jemanden haben. Du musstest jetzt ja unbedingt auf was anderes verschwenden. Ja. Und noch runter, was noch reicht. Ich meine, ihr könnt mir auch helfen, ne? So ist es nicht. Nein, kann ich nicht. Selbst verschuldet. Ich werde angegriffen. Ja, ich. Ich werde angegriffen. Na, komm. So. Ausgleich. Es reicht. So genervt. Ich versuche jetzt endlich mal diesen blöden Kram hier fertigzustellen. Das klappt einfach nicht. Ich versuche jetzt nicht mal diesen blöden Kram hier. Ich versuche jetzt nicht mal diesen blöden Kram hier. Ich versuche jetzt nicht mal diesen blöden Kram hier.